Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man solche Einschlaghülsen einbetonieren und somit zum Beispiel auch einen Holzzaumpfosten gerade in Beton setzen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich schon mal gezeigt, wie wir solche Hülsen ganz normal in den Boden einschlagen können, wenn zum Beispiel nicht wirklich große Lasten drauf liegen. Aber wenn zum Beispiel ein relativ großes Spielhaus von oben drauf kommt, dann sollten wir das Ganze sicherheitshalber doch lieber mal noch richtig einbetonieren. Zuerst mal müssen wir natürlich die richtige Position ermitteln und dann sollten wir am besten mit einem Spaten mal ein 30x30 cm großes Loch graben. Und wenn natürlich relativ schwere Objekte von oben drauf kommen, dann können wir das Ganze auch gerne 40x40 cm ausheben. Wenn gewünscht, kannst du natürlich auch die Grasnarbe oben einmal entfernen, dass wir diese später wieder drauf geben können. Und dann werde ich das Ganze einfach mal für ca. 60 cm tief graben. Hat einfach den Sinn, dass ich ganz unten unter dem Beton noch ca. 10 cm Schotter einfüllen werde, dass da das Wasser natürlich auch gut weglaufen kann und mir nichts auffrieren kann. Dann kommt ca. 40 cm Beton rein. Und ganz oben möchte ich natürlich auch noch etwas Platz haben, dass meine Grasnarbe darüber auch wieder ordentlich wachsen kann. Bei mir schaut die Tiefe auf jeden Fall gut aus und jetzt möchte ich aber auch noch die Erde schon etwas verdichten bzw. etwas glatt machen. Und hierfür können wir gerne so einen selbst gebastelten bzw. gekauften Handstampfer einmal verwenden. Oder wir könnten zum Beispiel auch mit ganz einfachem Pflasterstein hier ein paar Mal unten reinschlagen. Im nächsten Schritt kann ich meine Einschlaghilfe schon an die gewünschte Stelle geben. Da kann ich gerne mal nochmal mit einem Meterstab nachmessen oder wie in einem Exe-Video gezeigt eine Richtschnur spannen. Bei mir ist es aber einfach die Mitte von dem Loch. Das sollte auf jeden Fall passen. Und dann werde ich das Ganze auch mal mit einer Einschlaghilfe und mit einem Gummihammer schon etwas in den Boden hineinschlagen, dass meine Einschlaghilfe einfach schon einen leichten Halt hat. Wir sollten am besten übrigens regelmäßig mit einer Wasserwaage nachkontrollieren. Nicht, dass wir unsere Hülse ganz schief einschlagen und natürlich auch auf die Flucht achten. Bedeutet, wir könnten das Ganze jetzt gegebenenfalls noch etwas nachjustieren. Und dann müssen wir natürlich auch noch auf die richtige Höhe kommen. Ich persönlich lege da relativ gerne eine einfache Holzlatte über das Loch drüber beziehungsweise kann natürlich auch eine Wasserwaage sein. Dann schaue ich, dass meine Einschlaghilfe einfach circa ein bis zwei Zentimeter am Ende über dem Bodenniveau liegt. Das hat einfach den Sinn, dass das Wasser später hier innen drin auch ganz einfach unten noch rausfließen kann und somit mein Holzpfosten natürlich über die Zeit auch nicht hier unten weggammeln kann. Wenn dieser also richtig ausgerichtet ist, müssen wir sie unbedingt noch fixieren, da sie sonst beim Betonieren relativ sicher irgendwie die Position wieder verändern würde. Ich mache das am liebsten, indem ich einfach einen Holzpfosten einmal über das Loch drüber gebe. Da können wir nämlich unsere Hülse auch relativ gut dagegen geben. Und dann benötigen wir eine einfache Schraubzwinge, die ich jetzt zwischen meiner Hülse und meinem Holzpfosten auch schon dazwischen spannen kann. Jetzt mit der Wasserwaage nochmal nachkontrollieren und gegebenenfalls natürlich auch nachjustieren. Und dann können wir auch schon unsere circa 10 Zentimeter Frostschutzschicht in das Loch hineinfüllen. Danach die Schicht gerne mit einem einfachen Holzstab mal in alle Ecken ordentlich verteilen und das Ganze auch schon ungefähr eben machen. Und wir können unseren Beton auch schon richtig anmischen. In meinem Fall verwende ich ganz normal Betonästrich in 40 Kilo Säcken. Natürlich können wir auch speziellen Ruckzuckbeton verwenden, der einfach schneller aushärtet, aber dafür natürlich auch deutlich mehr kostet. Die Konsistenz schaut gut aus. Ich habe das Ganze übrigens mit Absicht etwas flüssiger gemacht, dass es natürlich auch hier unten überall ordentlich reinlaufen kann. Mit unserem Spezialholzstück können wir übrigens den Beton jetzt auch wieder wirklich schön in die Ecken hier hinten hineinbekommen. Und wir sollten das Ganze auch noch etwas durchstampfen, dass sich im Beton einfach keine großen Hohlräume bilden können. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und falls es nicht stört, mindestens 24 Stunden einmal stehen lassen, dass der Beton auch schon leicht anziehen kann. Und ich kann dir aber auch noch den Tipp geben, dass du bitte solche Einschlaghülsen, wie gesagt, nur bei Lasten von oben verwenden solltest. Wenn du einen relativ großen Sichtschutzzahn zum Beispiel aufstellen möchtest, wo wir relativ starke Windkräfte von der Seite haben, dann sind solche Einschlaghülsen einfach nicht geeignet, da da die Schweißnähte außen und vor allem auch unten relativ schnell abreißen werden. Dann sollten wir am besten, wie in einem speziellen Video gezeigt, solche H-Anker einbetonieren. Und somit haben wir jetzt aber auch schon solche Einschlaghülsen richtig einbetoniert. Wenn du dir für zu Hause übrigens Einschlaghülsen, eine kleine Wasserwaage oder auch einen Gummihammer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.